Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, es geht weiter mit Sims 2 Generations. Ja, Mutter ist da. Und der Vater steht in Badehose da. Oh, Zeit. Zeit, ähm, warte, was müssen wir noch lernen? Was müssen wir überhaupt noch lernen? Laufen. Achso. Ah, laufen können wir, das ist gut. Komm, spiel mal etwas Saxophon. Also, ich meine jetzt mit den kleinen Klavierchen. Das ist... Oder bringst du uns bei, aufs Töpfchen zu gehen? Äh, Töpfchen gewöhnen. Das ist auch wichtig. Oh. Vier, drei, zwei, eins. Okay. Dann machen wir hier extra Toilette. Und bei ihm, äh, Spaß. Abbrechen und fortsetzen. Ich glaube, wir machen dann mal Hygiene oder es ist auch mal wieder nach unten. Da musst du es jetzt sauber machen. Treppenlaufen können wir nicht. Nee. Nee. Mann, was ist denn dein Problem? So. Lär das lieber mal. Oha. Diesmal mach ich's nach da. Und bei ihm... Energie. Wir müssen noch mal Toilette bei... Nix Fernsehen gucken. Nein. Nein, nein. Nicht Fernsehen gucken. Und es regnet. Und es regnet. Ich vermisse Mutter. Ja, Mutter wird schon wieder ein Hass sein, eben. Wie lange ist die Arbeiten? Ich mach jetzt mal schneller. So. Was? Es ist ein ruhiger Tag in Sallys Vornehmerbüro. Äh. Ach. Abfang. Und dann ist es guter. Äh. Aber ist jetzt guter. Ja. Got that away. Ach, sieh sieh. Gli, Korsjus. Erlegana. Ach. Don't die. Big way. Äh. 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 Was willst du überhaupt machen? Mutter Wolltest du nicht Fernsehen gucken? Wir trüsen mal Mama Trüsen wir mal Mutter Eine Minute Schäde dich nicht so blöd an und schieb ihn einfach da hin Meine Güte Dann knudeln wir mal Ja jetzt muss ich Fernsehen gucken Ne das bringt nix Ich verstehe Da mein paar Oh mei Was ist das? Warte, wir haben ein Telefon in unserem Haus. Wo ist denn das? Wir haben kein Telefon. Wir brauchen ein Telefon. Häng uns, ähm, hierhin. Wollte nicht langsam mal der Postbote kommen? Was denn? Oha, Spaß, Hygiene, Hygiene. Was ist denn das? Unsere Eltern haben es nett. Äh, Mama, Papa, man muss uns noch beibringen, aufs Klo zu gehen. Mutter, bring uns bitte bei, aufs Klo zu gehen. Please. Zehn Sekunden. Nein, guck erstmal nach deinem Kind. So, dann machen wir bei ihr. Äh, Spaß. Was? Dann machen wir es so. Wenn er schlau ist, geht er jetzt aufs Klo. Ah, unser Sim ist schlau. So. Und restart. Also, Mutter. So. Äh, Töpfchen-Training. Bitte. Ich muss halt echt ehrlich zugeben. Sims 2 Generations macht mir echt mega Spaß. Ich geb's ehrlich zu. Dies Netzplay macht Spaß. Das machen wir mal schnell. Uh. Bitte nicht vor mir. Der Perversling. Warum macht's eigentlich über der Vater? Warum vorlesen? Äh. 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 Hygiene. Komfort. Ey. Ich will abbrechen. Ähm, spielen wir mal mit unserem Teddy Warum machst du deine Mutter nicht? Nimm mal ab Wieso bist du eigentlich immer noch im Badehose? Hier bleiben Achso, das geht ja, dass die Sims auf dem Klo sitzen Warum können wir das nicht? Hä, wie spießt denn du damit? Ähm, wie spießt? им B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E.B.E. Hygiene Ja, faul ist bitte Vater Wie baden wir das Kleinkind? Hier Oh Da müssen wir Nimm im Bad Warum macht es jetzt auf einmal Warte? Wenigstens eine, die sich kümmert Machen wir wieder schneller Ich gehe halt so lange baden, bis alles voll ist Bring uns mal bei, aufs Klo zu gehen Please So Oh, eine Minute wieder Bist ein liebes kleines Kind Wir hoffen es doch Jawohl Ja, oma Oh, oh, lass dich Oh Oh, oh Bist du mal dran Vater hat's auch gemacht Lass uns da mitspielen Habe ich den vergessen? Oder sitzt der die ganze Zeit faul rum? Können wir bitte auch mal nach unten? Das ist ja erbärmlich Bei dir singt etwas Freude Bei dir das Können wir überhaupt Treppen gehen? Ohne runterzufallen Papa Ey Trag uns, bitte Komm schon Bitte schneller Und Komm, wir wollen in den Garten Wir wollen mal in den Garten ein bisschen Please Mutter, sei so freundlich Ja Yay Ich pausse hier mal Weil Ich will nur ganz kurz was nachgucken Ah, okay Oh, können wir keine Arschbombe in den Pool machen? Oh, na sabutu Alter Bitte, damit dein Komfort sinkt Steig in den Pool Und wir krabbeln Wir sind fröhlich Und gehen jetzt mal durch den Garten Müssen hier mal ein bisschen Den Garten erkunden Den haben wir noch gar nicht gesehen Oh Hierhin, komm Alles klar Ja Es ist schon 20.51 Uhr Ah ne, es regnet Oh Ich mag Baseball net Ja, das da ändere ich jetzt nix Ich will nur ganz kurz einen Screenshot machen Setz dich Und jetzt Ähm Ja Hat gut funktioniert Also gar nicht Damit würde ich sagen Ende dieser Folge Sims 2 Generations Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht Vielen Dank fürs Anschauen Und Lass auch gerne eine positive Bewertung da Und Wir sehen uns im nächsten Part Sims 2 Generations Bei mir lebe ich jetzt Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal